In unserem Fall greift der Angreifer mit einem Rückhandschlag an. Der Verteidiger dreht mit einer Schulterwurf- oder Schrittdrehung links nach vorne unter den Ellbogen des Partners ein. Nach dem Eindrehen erfolgt eine Kontrolle des Armes mittels Drehung, Fixierung und nach oben drücken der Schulter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017